Hallelu und herzlich willkommen zurück zu Lamulana 2. Nun, dass man das Ganze jetzt eben auch so gelöst hat und ja, jetzt steht uns eigentlich ja nur noch Hehl bevor, unser letzter Guardian bzw. unsere letzte große Seele, die wir brauchen, um die finale Tür beim Spiral Boat zu öffnen, aber um zu Hehl zu kommen, müssen wir ja durch die sieben Tore sind es glaube ich schreiten in der richtigen Reihenfolge und ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeschaut, es gab ja in den letzten Tagen auch keine Videos, lag daran, dass ich halt einfach auch sehr viel anderes zu tun hatte, eben auch wieder privat und eben nicht dazu gekommen bin aufzunehmen, ich habe aber mal kurz reinschauen können und gucken können oder halt so ein bisschen rumprobieren können, das habe ich hinbekommen und ich habe erstmal danach geschaut, ob wir denn überhaupt jetzt zu Hehl kämen, also ob wir denn überhaupt die Möglichkeit haben, durch die Tore zu schreiten und entweder war ich unaufmerksam und habe es verpasst oder wir haben im Moment noch nicht die Möglichkeit, durch alle Tore durchzugehen. Vor allem fehlt uns das erste Tor, also theoretisch das Tor des Divine Chalice heißt es glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, zumindest eben das erste Tor, wenn es von den Symbolen so stimmt, wie ich das verstanden habe, haben wir dann eben das erste Tor noch gar nicht zur Verfügung und ich schätze jetzt mal, dass das zusammenhängt mit den Siegeln von Resvelgar, denn es gibt ja mehrere Tore, ich glaube drei Stück sind es insgesamt, die ja theoretisch nicht funktionieren oder eben falsche Tore sind und jedes hat ja das Symbol von Resvelgar dran und ich schätze jetzt einfach mal, dass wir deswegen zuerst Resvelgar besiegen müssen, also erstmal beschwören müssen und dann besiegen müssen, um dann eben zu Hehl zu kommen. Würde irgendwo Sinn ergeben, dass er vielleicht diese Tore dann versperrt. Ich hoffe es zumindest, wäre relativ blöd, wenn das nicht so wäre. Und als ich das dann so herausgefunden habe, habe ich dann ein bisschen geguckt nach den Resvelgar-Sachen, denn ich war mir relativ sicher, dass diese fünf Prophezeiungen mit diesen fünf Punkten zu tun haben, die über Resvelgar abgebildet sind, also dass es dort einen Zusammenhang gibt und dass wir so eben Resvelgar beschwören können bzw. das Ganze dann befreien können und habe mich nochmal genau hingesetzt und mir das Ganze nochmal angeschaut und tatsächlich ist es mir auch gelungen, das erste Siegel schon zu lösen, sage ich mal und das machen wir jetzt auch gleich und dann können wir uns auf die weiteren Siegel stürzen. Es ist oftmals halt eben so, dass ich gerne versuche, gerade bei so einem größeren Rätsel, überhaupt erstmal herauszufinden, okay, was muss ich überhaupt tun, weil das war mir bisher noch nicht ganz klar, wo muss ich die Dinge aktivieren, wie muss ich sie aktivieren und was passiert dadurch. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr den Überblick und deswegen können wir das jetzt machen. So und wie gesagt, ich bin so durch die Prophezeiungen durch und ich war mir halt auch nicht sicher, ob man sie in der Reihenfolge machen muss. Ich habe einfach mal so ein paar durchgelesen und versucht sie zu finden und wenn ich es gerade eben finde, sollte ich die Prophezeiung 3 gelöst haben. Ich kann sie nochmal, nein, das ist nicht die richtige. Welche war das denn? War das 4? Keine Ahnung, 1 war es auf jeden Fall nicht, 1 habe ich noch nicht, 2 war es glaube ich, oder? Ich bin gerade eben in meinen, ähm, in meinen Notizen. Hier, Prophezeiung 2, genau. Äh, ich kann es nochmal vorlesen, ich werde jetzt ein bisschen mehr in meinem Dokument auch sein und ab und zu daraus ein bisschen was vorlesen und so. Es würde zu lange dauern, immer wieder zu diesen einzelnen Tablets hinzugehen und da nochmal alles durchzulesen und so. Deswegen, ich hoffe es ist okay, wenn ich einfach vorlese, was da so stand. Äh, ich hoffe ihr habt, äh, das alles noch relativ im Kopf. So, Prophezeiung 2. Goddesses live in the roots of Yggdrasil. Three goddesses who spin time. The time-spinning goddesses keep the roots of Yggdrasil watered. The spring is forever protected to keep Yggdrasil alive. Oh, three goddesses, protectors of Yggdrasil. Don't let the squirrel Ratatosk get away. No place it wizards, ähm, is to be missing. The foul words of the black dragon Nithok, that the water has run out, shall reach a Resvilgar in the treetops. Das war die zweite Prophezeiung und, äh, da kann man jetzt natürlich viel drin sehen. Ähm, was ich gesehen hab, ist, dieses Missing ist ja unsere Sache, die wir finden sollen. Das heißt, wir wollen das Mond-Mantra ausrüsten und theoretisch können wir jetzt natürlich überall durchrennen und das Mond-Mantra sprechen. Irgendwann findet man das natürlich schon. Von dem her, also, eine gewisse Möglichkeit zum Rum-Spammen gibt's natürlich. Ähnlich wie damals beim, ähm, beim Colossal Dragon und Infernal Fiend, äh, bei dem, äh, Ancient Cock-Rätsel theoretisch. Irgendwann, wenn man genügend spammt, ähm, mit dem Mantra, findet man da natürlich seinen Weg. Aber es ist natürlich immer schöner, es aktiv zu finden. Und da wird zwar viel von diesen Three Goddesses geredet, was natürlich darauf schließen könnte, dass es die Roots of Yggdrasil sind. Mich hat es aber tatsächlich in die Treetops gezogen. Denn, ähm, ja, da muss man natürlich gucken. Dann gibt's noch einen zweiten Hinweis, äh, sag ich mal, dass wir keinen Platz, ähm, vergessen sollen, den Ratatosk besucht hat. Und dann ist mir eingefallen, dass wir hier oben ganz, ganz kurz Ratatosk gesehen haben, als er hier eben das Ankyo-Wheel geklaut hat. Und wenn wir hier jetzt unserem Mond-Mantra sprechen, dann voilà, haben wir unser erstes Siegel von Res Velga. Da ist der Harp-Corridor, also von dem her, vom Namen her, konnte man's jetzt, glaub ich, nicht unbedingt erkennen. Aber eben von den ganzen Tipps eben, äh, Treetops und dass es eben, ähm, Platz sein soll, wo Ratatosk war. Also ich sag mal, entweder wär's hier gewesen oder es wär halt eben dort unten gewesen, wo wir Ratatosk zum dritten Mal, glaub ich, bekämpft haben. Zumindest eben hier. Äh, also das hab ich dann schon relativ schnell gefunden. Das ist dann auch ein Ratatosk-Siegel tatsächlich, jetzt wo ich das so sehe, da ist Ratatosk drin abgebildet. Was ich mich dann halt frage dadurch ist, sind's vielleicht immer Rätsel mit Ratatosk? Also sind's immer Räume, wo Ratatosk drin war? Oder nicht? Aber das werden wir noch herausfinden. Das ist, ähm, dann tatsächlich interessant beim, äh, beim zweiten Rätsel, das wir versuchen zu lösen. Jetzt können wir an sich nochmal ganz schnell in die Unterwelt gehen und können uns dann nochmal anschauen, was das Ganze bewirkt hat. Und dann würde ich mich tatsächlich auch auf die Suche nach den restlichen machen, denn bei den anderen habe ich jetzt noch nichts gemacht. Äh, das war jetzt das Erste, das ich aktiviert habe. Ich hoffe zumindest, dass es so funktioniert. Aber wie gesagt, ich hätte nicht, ähm, das war falsch. Äh, ich hätte nicht das richtige, äh, die richtige Tür gefunden, oder das richtige Tor gefunden, um eben die ganze Sache hier zu starten mit Hehl. Das war doof. Ach, Mann, dieses blöde... Nein, was zur Hölle war das denn jetzt? Ach, toll. Jetzt habe ich Schaden kassiert. Ich will bloß da ganz kurz hoch zur Resvelgar. Meine Güte. Das ist... Dann bringt mich diese blöde Explosion durcheinander und dann das auch noch. Ja, gut, okay. Wir können auch das wieder anziehen. Passt genau so. Schon sehr stressig hier. Ich meine, das Tor da oben können wir immer noch nicht lösen. Außer theoretisch, Resvelgar würde nach unten fahren und eventuell das Tor da drüben aktivieren. Aber da haben wir ja kein... Ne, wir haben nicht mal irgendein Symbol dort drauf. Aber vielleicht, weil es einfach nicht aktiv ist. Wir werden sehen, wie das Ganze sich hier aktivieren wird. Wenn wir jetzt aber sehen, dann ist das erste Siegel hier gebrochen. Und ich schätze einfach mal, dass die anderen vier jetzt auch gebrochen werden müssen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu früh bin. Ich meine, wir können hier vielleicht nochmal den Beirid probieren. Aber scheint auch nichts zu bringen. Und wie gesagt, ich schätze einfach mal, dass er dann in fünf Punkten in Eglana verstreut ist. Weil es hieß ja, ich habe mir nochmal die ganzen Sachen durchgelesen. Es hieß ja, dass zwar sein Körper hier ist, aber seine Seele eben durch Eglana wandert. Und erst wenn man diese Seele zurückbringt zu ihm, oder zu seinem Körper zurückbringt, wird er angreifbar. So, wir könnten theoretisch von vorne anfangen. Ich hoffe, das funktioniert. Und das ist natürlich jetzt ein kniffliges Ding. Weil ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Ich war schon bei Heimdall. Also, das war eines der ersten Rätsel, das ich versucht habe zu lösen. Und ich war schon bei Heimdall unten. Und Heimdall interessiert sich halt kein Stück, weil Neid ist eben unser Mantra, das wir hier sprechen sollen. Deswegen können wir es ja auch erst zum Schluss aktivieren, sage ich mal. Oder erst jetzt aktivieren. Da wir erst jetzt ja das Neid-Mantra bekommen haben. End ist da vielleicht auch irgendwo dabei bei den ganzen Sachen. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, so wie ich das gesehen habe, interessiert sich Heimdall nicht unbedingt dafür. Das hier war das Six-Sided Star of Eglana. Genau. Das könnte auch noch wichtig werden. Weil ich glaube, spätere Sachen haben noch was mit dem Six-Sided Star zu tun. Ich frage mich auch, wann tatsächlich Heimdall dann aktiv wird. Weil Heimdall soll doch aktiv werden, sobald das Ende kommt. Wir können Heimdall nochmal durchlesen. Wie gesagt, das wird mehr eine Sache, wo ich ein bisschen rumrätsel und ein bisschen in meinem Dokument hänge. Deswegen, ich hoffe, es ist okay, wenn es vielleicht nicht ganz so Action-lastig ist. Aber wir sind gerade bei den Endrätseln. Und ich habe mir schon gedacht, dass dieses Rätsel... Ich kann mir nochmal auf den Bildschirm gehen. Ich habe mir schon gedacht, dass dieses Rätsel hier ein Rätsel ähnlich wird wie in Lamulana 1. In Lamulana 1 gab es ganz, ganz zum Schluss, wer das Spiel nicht gespielt hat, auch ein Mantra-Rätsel. Das heißt, da kommen die Mantras ursprünglich her. Da hat man den Jetpillar bekommen. Und musste dann halt eben mit komplizierten Kartenmanagements und sowas musste man dort eben so den Mittelpunkt der Karte oder so finden. Und dort halt eben Mantra sprechen, um das Gebiet zu befreien. Beziehungsweise das Gebiet zu entsiegeln, sage ich mal. Das war so der letzte Schritt zum Endboss. Und es kam mir schon von Anfang an so vor, als wäre das so ähnlich. Und es scheint jetzt eben auch so, dass wir halt eben durch dieses Rätsel einen bestimmten Punkt finden müssen. Und deswegen müssen wir da jetzt mal schauen. Finde ich aber eigentlich ganz cool. So, wir suchen nach Heimdall. Heimdall blows his horn, genau. Heimdall will watch over the end from his purge atop the rainbow bridge. He will demonstrate his power when and only when the end begins. The blast of Heimdalls horn will mark the beginning of Yggdrasils end. Ja. Aber was ist mit diesem? Sounds fill the air. Heimdall blows his horn. Das ist halt die große Frage. Das ist auch der einzige Hinweis zu Heimdall. Heimdall war schon immer... Heimdall war so eine Sache, die haben wir ja sehr früh... Also, den haben wir ja schon sehr, sehr früh theoretisch getroffen. Sage ich mal. Und es war immer schon so eine Sache so... Oh, okay. Ähm. Irgendwas ist mit ihm. Irgendwann mal. Aber bisher hat sich halt da noch nie irgendwas getan. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Endpunkt sein wird von dem ganzen... Äh... Howl? Nee. Weil sein Horn hault. Sound fills the air. Yggdrasil shakes. Heimdall does not sleep. He gives vision and watch even for the night. An sich ist dort nur von dem... Ähm... Screech Wines from the Towering Ancient Tree. An sich ist nur das gesagt. Äh... Hatten wir hier Ratatosk? Nee, wir hatten hier keinen Ratatosk. Vielleicht hat es mit Ratatosk zu tun. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wir gucken mal. Ähm... Wir können natürlich hier hingehen. Wenn es um Yggdrasil mehr geht, dann sind wir hier ja mehr richtig. Dann sind wir entweder mehr richtig... Ähm... In den... Icefire Tree Tops. Weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass sie zweimal dran kämen. Aber möglich. Und das war doof. Ähm... Oder eben hier. Weil wie gesagt, hier sind wir ja theoretisch ja auch bei... Yggdrasil. Das heißt, wenn... Ähm... Wenn wir hier einen Schrein von ihm loslassen sollen... Dann theoretisch hier irgendwo. Vielleicht hier? Haben wir Night ausgerüstet? Äh... Nee, Howl haben wir. Night. Okay, hier ist es schon mal nicht. Das wäre Urzroot. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es zweimal eben... Ähm... Zweimal das... Äh... Die Icefire Tree Tops sein sollen. Wäre merkwürdig. Hier? Skullzroot. Gut. Sieht auch schlecht aus. Ja, das ist jetzt halt so das, wo man ein bisschen rumprobieren muss. Weil man manchmal auch nicht so viele Hinweise hat. Ähm... Ja, da werde ich mich einfach ein bisschen umgucken. Wenn ich irgendwelche interessanten Sachen finde, dann werde ich mich die und die wieder melden. Das ist wie gesagt, das ist einfach bloß eine Sache, wo man eben... Wie gesagt, sich ein bisschen umschauen muss. Ein bisschen überlegen muss. Äh... Ich wollte das Ganze jetzt einfach im Let's Play machen, ähm... Weil es halt schade ist, wenn man das Ganze dann immer... Finde ich zumindest... Äh... Immer alles komplett auf Screen macht. Äh... Ich will jetzt auch versuchen, nicht alles komplett durchzuspammen. Äh... Also in jedem Raum, sondern wirklich schon sinnvoll gucken, was denn wo ist. Yggdrasil Gate. Ach so. Stimmt, das Yggdrasil Gate. Hahaha. Äh... Vielleicht hier? Beim Tor von Yggdrasil? Ah ne, okay, schade. Gut, der Typ da oben hat scheinbar auch nichts zu sagen. Wäre natürlich auch interessant gewesen, wenn es direkt beim Tor gewesen wäre. Aber gut, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Vielleicht ist es auch nicht hier. Vielleicht ist es wirklich nochmal in den Tree Tops. Äh... Müssen wir gucken. Ich gehe nicht nach wie gibt's den Tag. Untertitelung des ZDF, 2020